. Der Tor hat sich ganz viel größt. Ja, oh! Ja, oh! 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 Und für ganz viel größt. Ja! 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 Geh weiter, kleiner! Ja! Ja! Oh! Ja! 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 Und das 2.0 in der 20. Minute verrichten wir durch die Nummer 9, Thomas Brechner. Da zieht er die Finger weg! Machen Sie! Was ist denn da los? Die Nummer 14! Ja, wir haben doch einen Platz. Wie kann denn der Platz haben? Ne, wer denn? Und da ist er drin! Wer ist denn? Das ist hier eine Pressekonferenz. Wir haben den Aktuellen. Große Kontinente von Ihnen. Ja. Arme 2! Wunderbar! 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 Es ist hier, der Riesen. Der Riesen ist jetzt der Reichel. Und Bro! Wunderbar! Wunderbar! Der Riesen ist. Der Reichel. Oh nein! Tor auf Tor! Da war da einer mit Bähnen drin. Aber trotzdem! Der muss drin! Und Tor! Und Tor! Schuss! 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 Tor! Oh! Oh! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Der Mann, der Mann, der Mann! Was macht denn der Trauer daran? Was macht denn. Was macht denn die Leute? Was macht denn der Trauer? Was macht denn was? Oh mein Gott. Oh, 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 oh.